Um seine Familie zu schützen. Wir machen noch einen Job. Muss ein Mann, wenn sie das Geld von ihm nicht kriegen, einen hohen Preis bezahlen. Dann kommen sie zu uns. Ich geb dir zwei Wochen. Danach bin ich hinter euch beiden. Lass mich in Ruhe! Ich komm zu dir. Ich komm und hol dich. Siehst du in den Krieg, oder was? Ich hab ne Waffe! Wo ist Kate? Schieß die dummen Leksau! Ich werd dich erwischen. Contraband. Ab 15. März im Kino.